jetzt geht es weiter an Rieselang. Wir suchen das rote licht. Erzähl mal die Storys, was ihr jetzt kennt davon. Ich weiß jetzt kaum noch was, wie da die Geschichten waren. André, erzähl mal, was du noch wusstest? Also ich weiß, dass es da die wahrscheinlichste Story ist, die es da gibt, dass da ein Vater seine Tochter sucht. Fakt ist, da ist irgendwie so ein rotes Licht im Wald. Sagen sie, das ist so eine Geistergeschichte. Und wir wollen jetzt wirklich herausfinden, was ist an der Sache dran. Das werden wir rausfinden. Also wir haben ja drei verschiedene Legenden. Der eine haben wir gerade gehört, und zwar von der Seele des Vaters und des Mädchens, die am realistischen ist. Dann haben wir die unwahrscheinlichste Legende, das Außerirdische, wie man es so kennt. Und dann wäre die zweite, was nicht ganz nachgewiesen ist. Aber man weiß, dass früher da russische Bunkeranlagen waren, dass dort Experimente stattgefunden haben. Und man redet da von irgendwelchen Gasen, die dann zur Oberfläche austreten, die die Lichter erzeugen. Das wär das. Wir sind schon mal im Wald. Wir sind schon mal im Wald. Kamera ist am Start, Alter. Also mir kann nichts passieren. Mir kann nichts passieren. Ketchup, nice. Wir sind jetzt angekommen im Wald. Wir haben jetzt sogar noch mal geguckt, ob wir so richtig sind hier. Also Micha hat zumindest geguckt. Falls wir es nicht sehen, liegt es an Micha. Mücken sind ganz schön schlimm, aber wir haben jetzt kein Mückenzeug mit. Jetzt zeigen wir erstmal unsere Ausrüstung. Wie sind wir heute ausgerüstet? Erstmal, was willst du, Mann? Das ist die Lidl-Version. Denny hat noch die Größe mit. Der hat Katar mit. Okay, Danny hat jetzt das Ding mit hier. Ein bisschen was passiert, ne? War das ausgerüstet auf jeden Fall. Der Satz, Dom. Robby Cockies, Danny, versuch mal ob die funktionieren. Anmachen. Funktionieren. Taschenlappe. Taschenlappe, vier Stück, Kopflampe. Okay, vier Taschenlappen. Einmal mit. Schwarz. Hallo, hallo. Wir würden das Ding hier wirklich gerne filmen in 4K. Das Problem ist nur, wir haben im Wedel schon festgestellt, dass durch dieses 4K das auch manchmal ewig lang im Dunkeln zu fokussieren. Und da war das ganze Ding hier im Dunkeln drehen, bringt es wahrscheinlich jetzt schon 4K. Also da habt ihr da draußen wahrscheinlich mehr unscharfe Zähne, als das, was ihr wirklich erkennen können. Wir fahren jetzt nicht selber runter. Richtig wird es denn, wenn es wirklich dunkel ist. Also dann wird es so süß. Ja, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt ist... Ach, geht's mal an. Ist ja wirklich sumpf. Lass uns mal überraschen. Okay, also erstmal ist jetzt hier eh nichts. Wahrscheinlich ist es wirklich noch viel, viel, viel zu früh. Ich wieso gar nicht... Okay, gut, ich hab hier Handy mit jetzt. Ich weiß nicht, wie spät es ist. Keine Ahnung. Die Kamera ist eingestellt. Können wir vielleicht da mal gucken, wie es da ist? Ich weiß nicht, ob es... Warte mal, kicken wir euch noch hin hier. Warte mal. Die Gruppe, als ich jetzt hier grabelt, jetzt sind Felix und Peter, sind jetzt in eine andere Richtung gegangen. Jetzt ist es noch mega hell. Deswegen nutze ich jetzt noch nicht so wirklich hier... Ja, ich hör euch gut. Jetzt hier wirklich was zu sehen, ne? So ist jetzt noch nicht so wirklich. Jetzt mach ich jetzt schon mal eine kleine Testaufnahme, ob das hier auch alles klappt mit den Funkgeräten. Wie das es nachher im Dunkel auf einmal hieß, ey, geht gar nichts mehr, ne? Ja. Ja, ich hör dich auch gut. Also Mikrofone klappen. Wie gesagt, wir sind jetzt erstmal in Gruppen unterwegs, um jetzt hier wirklich zu schauen, wie funktioniert die Technik. Und wo könnte man sich denn nachher hier so ein bisschen orientieren, ne? Darum geht es halt auch. Dass wir hier wirklich nachher im Wald sind und dann keiner weiß, wo wir hier sind, ne? Wann ist das halt aufregend, sagt ihr da? Ja, zerfressen werden wir erstmal jetzt hier von den ganzen Mücken. Also unser Vorschlag ist auf jeden Fall jetzt erstmal zurück zum Auto zu gehen und wirklich vielleicht nochmal, ja, eine Dreiviertelstunde vielleicht nochmal ein bisschen zu warten, sich abzusprechen. Funkgeräte haben wir jetzt getestet, also geschätzt, fahren wir jetzt entfernt von dem Weg da hoch, sagen wir mal 500 Meter, dann gibt es schon Probleme, da ist der Kontakt nicht mehr ganz so gut. Also soweit sollte man sich nicht entfernen, jetzt sind die Jungs schon da vorne. Ja, wie das eindeutig noch zu hell ist, das bringt nichts. Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind wir uns alle einig hier, alle einig. Wir haben aber schon mal einen großen Plan jetzt gemacht. Jetzt haben wir schon mal den Überblick. Und dann geht es nachher richtig los. Genau. Erstmal zurück zum Auto und abfahren, bis es dunkel ist. Zeichen. Kein Herz, Felix. Vielleicht wollen wir jetzt fahren. Wo war es das IC? Wir haben aber die Kreuzung mal. Ja. Ich müsste jetzt irgendwann auf der rechten Seite fahren. Aber es wird noch zwei Kreuzungen, oder? Nee, ich meine... Nee, das war eine... Alter, mein Handy ist aus. Ach du Scheiße. Und ich hab keinen Empfang. Jetzt sind wir hier im Wald. Also es ist wirklich schon... Man muss sagen, man muss ein bisschen Respekt haben. Es ist schon wirklich krass, hier im Dunkeln rumzurennen, Alter. Wir sind jetzt hier keine Weiche oder so. Aber es ist schon wirklich... Also weil jetzt hier oben mehrere rumrennen. Wir sind jetzt hier, glaube ich, nicht die Einzelnen. Wir haben jetzt schon andere Leute gesehen mit Taschenlampen. Wir werden mal sehen, Alter. Also es ist schon ganz schön scary heute. Also... Ja. Auf jeden Fall. Alter, also jetzt haben wir hinten schon nicht gesehen. Kann ja sein, dass da andere Leute sind. Aber es war jetzt schon wirklich scary, als ob jemand kurz da war und wieder weg war. Also es ist jetzt immer... Es ist schon scary, ne? Wir machen rote Taschenlampe. Ja, aber ich muss mal gucken. Aber keiner hat eine rote Taschenlampe, weißt du? Ich schon. Okay, Peter. Wirklich lustig, dass du aus der Grenze heute hab, ne? Ja, auf jeden Fall. Na klar. Es wird immer dichter. Alter, da war wirklich rote Taschenlampe. Das war ziemlich dichter. Bleib mal cool, bleib mal cool, bleib mal cool. Wäre doch cool. Ja, mega cool. Da, guck mal, es leuchtet immer. Da, jetzt schon wieder. Tatsächlich. Blödsinn, Alter. Das bissl hätten. Ich hab's jetzt auch gesehen. Das war halt wirklich nur ein ganz, ganz bisschen. Du siehst aber immer erst mal, wie das Feuer erst heller wird. Ein bisschen um den Kegel und dann wird's erst rot. Also es wird immer erst, als wenn du einen Taschenlampe anmachst. Also ich hab damals mal erzählt, wenn jetzt wirklich mehrere hier im Wald sind und sich ihn heiß machen, es kann natürlich auch sein, dass die sich alle gegenseitig ausspielen. Guck mal, ich hab jetzt zum Beispiel hier ein rotes Licht in eine Kamera, weil ich aufnehme. Ja, aber das... Ne, das war viel zu grell. Ist das heller. Ich mein nur. Es war auf jeden Fall ziemlich grell gewesen mit Licht. Ist egal. Auf Kamera habe ich noch einen Stropf. Das heißt, es geht weiter. Das war alles. Okay, André, ihr kannst dich mal zu uns drehen. Was ist denn eigentlich passiert? Oh, bis jetzt, Alter. Also bis jetzt haben wir schon zwei oder dreimal rote Licht gesehen. Es war halt dann mal komisch. Wir haben ein rotes Licht gesehen. Ob es jetzt das rote Licht war. Ja, wir wissen jetzt, ob es das rote Licht war. Aber es war halt immer erst ein weißer Lichtkegel, als wenn ihr eine Taschenlampe anmacht. Und dann wurde es rot. Jetzt wissen wir nicht, ob da hinten eine Straße ist, dass vielleicht ein Auto vorbeigefahren ist, dass sich dadurch das Licht gebildet hat. Dass es halt ein vorbeifahrendes Auto war. Guck mal hinten. Aber wie sind da wen ja wohl? Das sind immer Autos. Du siehst jetzt gut wie da hinten, wie du denkst. Ah, helles Licht und dann ist rot. Das sind immer Autos. Ey, ey, mal ne Frage. Welche Auto? Welche Richtung ist unser Auto? Ich sehe jetzt gerade aber gar nichts. Mit der Nachtsicht ist es schon gut. Wenn ich an André dran bin und ein André ein bisschen vorläuft, dann sehe ich es echt viel. Weil du brauchst immer bei der Kamera mit Nachtsicht brauchst du immer was, was vor dir ist. Ja. Du kannst nicht ins leere Nachtsichtmodus machen. Klappt hier nicht. Das ist schon mega weit vom Auto weg. Weiter rein gehen wollen. Was willst du nicht, Micha? Ich würde nicht weiter rein gehen wollen. Warum? Keine Ahnung, wieso nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Das ist normal. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich was 9mm Technisches in der Hand hätte. Passt du doch auf deinen Pimmel. Fortskorb. Wenn wir wirklich um was kommen sollte. Jungs, da müssen wir aber ordentlich rennen, Alter. Wo sind wir? Vorne stehen wir mal. Ja, mach Licht aus, Licht aus. Ey. Ja, wir haben viel Kuh jetzt, ey. Ich hab's immer auf vier und lachen Nachtsicht drauf. Das geht nicht. Ey, ich muss dazu sagen, in der Legende heißt es auch, du gehst drauf zu. Du gehst drauf zu, kommst aber nie da an. Was war? Wo es ist. Aber es war da, als wir vorhin noch zu Beginn am Anfang waren, erst weit weg, dann war er ziemlich nah dran. Naja, das war's komisch. Und deswegen, das ging das ja hinterher. Und wenn da hinten eine Straße wäre, dann wäre er nicht von so nah gewesen mit ehemal. War das so nah gewesen? Ja. Es war aber, es war ziemlich groß, oder? Es war erst ziemlich weit weg gewesen und da war er mit ehemal, ja, da war er vorhin ziemlich groß gewesen und ziemlich nah. Ja. Ja, ist halt so ein Ding, was ist es? Was ist es? Ist es ein Auto oder ist da wirklich irgendein Licht? Ja, musst du dich fahren. André geht immer weiter. André läuft und wir fahren mit dem Auto weiter. Na, oder ich fahre mit André jetzt hier und ich hol das Auto. Können wir auch machen. Ach. Da war schon wieder. Jetzt ist es weil. Ne, jetzt war es nämlich ein weißes Licht, wenn ein Auto von vorne kommt. Das kann sein. Ich würde sagen, wir laufen noch ein bisschen. Oder wollt ihr das Auto holen? Aber. Ich komm mit euch mit. Mit wem? Mit dem wen. Okay. Ich komm auch. Ja, der jetzt fahren will, kommt bei mir mit und der laufen will euch damit. Ich will auch. Ja, ne. Wollen wir jetzt alle laufen, dann brauchen wir nicht kein Auto holen. Dann siehst du, dann laufen wir weiter. Na, wir wiederholen das Auto. Ach so, Danny willst du das Auto holen oder was? Ist egal, ich werde jetzt mit euch mitgekommen. Na ja. Aber soweit ist es ja nicht, aber wir müssen halt den ganzen Weg dann wieder zurück. Ist egal, nein. Okay. Jetzt gehen zwei das Auto holen. Also gehen zwei das Auto holen. Danny holt Auto. Also, Peter kackt hier, ey. Peter kommt bei uns mit aus. Ich kack mal. So, also Mocki-Mocki ist jetzt an, ja. Alles klaro. Also ich habe es jetzt noch nicht einmal so gesehen, dass ich sagen würde, boah, alter, übernatürliche Erscheinung. Nein. Das ist ja einfach nur durch... Ne, da muss man schon vorsichtig sein mit so einer Aussage. Durch die Storys, die du kennst, machst du dich ja mehr und mehr immer fertig. Ist eine Straße, fahren recht rum. Aber hier sind noch andere Leute im Wald. Und wie gesagt, sind auch andere Leute im Wald, ne. Also gerade eben haben wir hier auch ein weißes Licht gesehen und es ging dann auch aus, wo wir rückgeleitet haben. Ja, ist es schon. Wir müssen nur einen Plan machen jetzt, ihr Kinders. Der Plan lautet, wir gehen erstmal überhaupt irgendwo hin. Dann. Let's go, man. Geht vor. Theoretisch müsste das Licht hier, wenn du jetzt guckst, da irgendwo in der Ecke rin oder in die Richtung, dass das Licht wirklich mitten im Wald auftaucht. Weil das ist immer... Angeblich passiert das ja. Also eigentlich immer am Rand vom Wald, da wo die Straße lang geht. Ja genau. Das ist jetzt unser... Du hast das jetzt wirklich noch nie richtig im Wald drinnen gesehen. Dafür müssten wir erstmal in der Mitte rinnen. Ne, wir sind in der Mitte. So ziemlich. Das ist ja das Problem. Abel. Der ist hier. Ja, das Licht haben wir bis jetzt noch nicht weiter gesehen, aber wir werden jetzt noch immer weiter in den Wald drinnen laufen. Ja, wir werden sehen, was jetzt noch passiert. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Was jetzt? Mach mal ein Licht aus, mach ein Licht aus, mach ein Licht aus, mach ein Licht aus. Was hast du denn hier sehen? Wo wir jetzt gerade hier gelaufen sind? Wo wir jetzt gerade hier gelaufen sind? Wo wir jetzt gerade hier gelaufen sind, also... Mal gerade vorne hier mal aufgeblinkt. Wir warten jetzt mal kurz hier nochmal. Okay. Also Felix hat das gerade nochmal gesehen. Das tut mir gerade dem Licht entgegen. Mal sehen, ob es jetzt noch einer hat. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Warte mal, mach ein Nacht hier aus, mach mal Nacht hier aus, mach hier aus. Gott, T 보통. Der ist. Alter, warte. Schlimm, 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 schlimm. Ich bin bescheid, ich kann nicht hier stehen bleiben. Komm, warte mal. Ey, komm, lass uns abholen. Ey, warte mal, warte mal. Ey, warte mal. Komm, warte mal. Ab zum Auto, Alter. Los, rechts rum. Oh, noch ein second. Puh, rechts drin. Verstecke, 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 verstecke. Check, 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 man. Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus, Licht aus. Ich mach nen 80-Modus drin. Warte mal, warte mal, ich hab jetzt gerade drin. Wo ist denn das Auto eigentlich? War nicht mehr weit, oder? Nee, war nicht mehr. Nee. Was ist denn schon wieder? Ey, komm jetzt, renn, renn, renn. Warte mal, warte mal ein bisschen auf mich, Alter. Ah, Scheiße. Ah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020